Derzeit kursieren einige Gerüchte über den Rapper Capital Bra. Der albanische Rapper Ferro Ferra sollte wohl den einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Die einen oder anderen, die ihn vielleicht nicht kennen. Es ist ein Rapper aus Albanien, ja, der mit dem Rapper Capital Bra vor einigen Monaten ein Feature aufgenommen hat. Und zwar den Track KDW, meine lieben Freunde. Wer den noch nicht abgecheckt hat, kann den gerne abchecken. Der Rapper Ferro schießt jetzt hart gegen Capital Bra. Und zwar sagt er, dass Capital Bra für seine Songs Klicks gekauft hat in den letzten Jahren. Oder besser gesagt vor kurzem, ja. Und das Ganze kann er natürlich auch belegen und beweisen. Beide hätten wohl vor einigen Monaten dasselbe Management gehabt. Und ja, somit erübrigt sich, glaube ich, die Frage. Und man weiß natürlich, was jetzt gerade Sache ist, meine lieben Freunde. Was haltet ihr zu dieser Thematik? Findet ihr, das Gerücht ist wahr? Oder findet ihr wohl doch der Typ, der will einfach nur Hype machen und Capital Bra's Ruf schaden? Ja, meine lieben Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung. Meine Meinung enthalte ich hiermit somit. Und naja, ich warte auf eure Kommentare. Und Peace and Out!